ich habe heute wieder ein bisschen gta live geguckt da gegen die fete mitten auf der straße haben so leute abgeknallt und so eine scheiße was ja nicht darf es normalerweise ohne mit den leuten zu sprechen habe ich gehört also ich habe immer bei lori reingeschaut hat ja genau dieser im chef von dem einen von einem gegner da holen jetzt wohl auch viele ab weil jetzt auch ein großer neuer server wohl eröffnet wird bald aber ich weiß immer noch nicht ob ich mich wirklich bewerben soll ich habe schon ein bisschen weil angefangen wird auszudenken aber weiß ich noch nicht ich weiß das problem ist die stream halt auch so lange und zocken wir so lange manches wie mir echt so 10 12 stunden manchmal du kannst ja auch nicht einfach abhauen wenn du dann irgendwie da in so einem roleplay drin bist du kannst ja nicht einfach abhauen kannst du einfach sagen ja ich schaue jetzt ab ich muss morgen arbeiten oder so also geht ja auch nicht so ich habe vorhin mal wieder das erste mal seit langen in den age von 7 und reingeguckt und da habe ich gar nicht das spiel ich habe ich eingeladen ja morgen morgen vormittags team ich auf jeden fall dieses avon colony da hing ein löffel ab meiner dampfe am magnet ups hast du das jetzt angetestet ne noch nicht ähm guten abend Taiwan immer noch ne glaube ich war das ich glaube ja ich habe ready ich habe ready so dann machen wir nochmal wot 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 what the heck darts in 20 sekunden ok na dann aha mit timer oder wot jetzt ach da geht wasser runter und da unten sind pfeile dann flitzt du gleich ja wo bin ich nicht gefallen ah jetzt cool cool gemacht wusste ich gar nicht dass sowas geht auch nicht schlecht nicht schlecht herr specht da hat sich immer was ausgeladen boah dann fällst du erstmal ne Minute ach ja da fängt ja schon wieder geil an hier wow ja leg mich ich bin ach da war ein holzblöd scheiße hab ich gar nicht gesehen das ist ja frech ach sagt er hat er drei schläge gebraucht guck mal ach so da ist ne pipe ja hab ich auch grad gesehen ich hab nur gesagt hä aber wie wär äh krach mir nicht wovon wo da ist da in der Mitte aber ich bin in die Mitte reingefallen kam aber nicht durch weil ich auf dein Holzbrett gekleidet mut das hab ich au oder auch nicht oh ich hab's geschafft oder auch nicht und noch langsamer ok toll das war jetzt voll die Arschkarte die ich gezogen hab hier ich bin drin jawollingen ja beim dritten Schlag ja ist doch egal aber geschafft ich weine so ne beschissenen Ecke grad nein genau da hab ich grad auch gelandet das ist so ätzend die Ecke ja okura zieht dein LP wieder in die Länge ja ja ey weißt du das ich kann ja auch ein Hold in One aber das ist ja langweilig ja und wieder in die Ecke ja und wieder in die Ecke das war Taktik Taktik ja du kannst doch links vorbei schlagen dann siehst du ne die Pfeile ja ich will aber da rein als ob du nicht so ob du nicht auch so denkst natürlich jetzt ist mir egal ja jetzt musst du da jetzt kannst du da sowieso lang jetzt jetzt ist es jetzt ist auch Rille hier hast du reingeschafft oder rum mit rein ich bin reingeflogen beim dritten what? ja wow na meiner war auch nicht besser ach da hätte ich meine Meinung was ok ach da hätte ich meine Meinung was ok wat? ah ok da ist schon wieder ein Rohr ich glaube hier gibt es in jedem Loch irgendwelche Abkürzungen ja ja ich denke nur deswegen jetzt müssen wir mal gucken was? kannst du hier hoch? siehst du hier links? ja aber das ist glaube ich da kannst du bestimmt verkacken irgendwas aber da ist eine pipe warum? ja hier so eine rompe ah ich weiß ah ich weiß warum oh fast oh drei Häuser weiter in der ersten Bahn das war zu weit das war zu weit oder? äh ja ich bin auch in der ersten Bahn warte mal ist das überhaupt die Bahn? ich glaube das ist gar nicht die Bahn wo ich die ganze Zeit hinschlage scheiße guter Abend Lord Hogel kann man? so mit v ja weiß ich da kann man die prinzip Ego-Sicht anmachen auch wo der Rohr herkommt keine ahnung oder wo das Loch dafür ist hundertprozentig auf dem Baum stamm die pipe weil da waren auch hier so ähm Beschleunigungsteile dran guten Abend Milan Klingmann ein wunderschönen oh das war daneben fast ein Hole in 1 gemacht da wurde fast ein Hole in 1 gemacht da war viel zu gesagt scheiße da habe ich noch nicht gefrühstückt ja ja zu weit scheiße ja ja achts du denn daneben? der hätte genau getroffen nur das tipps so fest brauchst du gar nicht schlagen dafür ich weiß ja komm komm ja boah boah schade 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 Schokolade und 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 jetzt kommt's huah jetzt hätte ich zählen müssen immer das ist schon wieder ein Rohr guck mal ich weiß auch warum oh schade fast ich glaub du hast es auch nicht geschafft war? ich bin mit Tomatenfass gelandet da hängt da schlicht einen Stein im Schlag dagegen ich bin mit dem mein schade und der war auch sehr grandios der Schlag oh dafür war der gut trickshot hm 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 der war schon besser ja birdie paar da war der oder war der das erste mal auf ne nicht ganz ich wollte sagen doch weil es das erste mal das überhaupt irgendwie mal bling macht oh ernsthaft ich muss jetzt mal gucken wohin äh ich hätte doch mehr schlagen sollen scheiße da kommst du nicht rüber frech oh das war zu viel Anlauf einmal komplett rüber wow da brauchst du aber echt nicht viel fest zu schlagen ja viel zu viel da viel feste Mann ich mag den Busch aber auch hier das war zu langsam jetzt mag ich den anderen Busch komm doch noch hoch jetzt geht doch hm hm ne weißt du was ich hatte gerade gesagt schlägst du mal ein bisschen langsamer Hirsch damit du dann nicht gut oder weiß ich wohin wohin lähes ne und was ist war wieder auf boah da rollt der daneben alter du noch nicht immer da hin man rollt er na geht doch aber jetzt kann ich ne wenigstens wiebzen Schläge Es geht von hier aus überhaupt. Es geht. Ich hole die Katerrasse gerade aus. Nein! Was denke ich hier? Oh, da muss man die Maus anders einstellen wieder. Aha, da trickst du wieder. Ja, bei 300 DPI, da ist der Schlag ja für den Arsch. Das stimmt, ja. Nein, ich gucke. Mann, den Corona gibt es immer noch nicht. Ich bin schon frech. Noch nicht da? Nein. Ich gucke jetzt schon jeden Tag, damit ich es vielleicht nur an abgreifen kann. Ich habe noch 20 Schläge. Wir müssen nicht öfter spielen. Ich verkack dir mal gerade voll. Wart, ne? Ja. Was haben wir denn hier? Ach, auch wieder ein Loch. Oh. Hole in one. Es klappt auch manchmal. Manchmal klappt es. Oh. Ich mache das halt so. so langsam scheiße Das willst du doch mal wissen, oder? Hältst du halt auch aus? Nö. Alter. Da wollte ich aber nicht hin. Ah. Ich habe die Wand vorm Gesicht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts, Mann. Ich muss einmal vorhauen. So. Ist ja bescheuert, wenn du die Wand siehst. Nö. So oft spielen wir kein Golfwild. Du hörst einen Geklapper. Ja, irgendwas klapperst. Ganz wenig. Ich weiß nicht. Lass mich auch Rundum-Sicht machen. Ich fahre gar kein Golf. Ich habe nicht mal ein Auto. Ach komm, ey. Manchmal geht's doch. Ein Fahrrad. Ja, machst du dann zwei, weißt du? Wow. 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 Was? Oh. – – Wo bin ich denn jetzt? Ich komm hier raus. Scheiße. Ich bin ein bisschen weit geflogen. Fortnite go. Denkst du denn an den Heuballen? Ach, scheiße. Was war denn mit Fortnite? Fortnite, go, go. Ja, wenn du mir schenkst, gucke ich gerne rein. Aber momentan erst mal gucken, ob ich ein wenig Grafikkarte ist jetzt mal ein bisschen wichtiger. Wo habe ich jetzt hingeschlagen? Boah, ich habe keinen Schwein gehabt. Ich fliege wieder zu weit. Rein, rein, rein. Birdie. Der hätte jetzt reingemessen, hätte mir geil gewesen. Scheiße, scheiße. Na, 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 na. Sag man nicht, macht man. Hä? Du drin? Ja. Da hast du ja abgeholt, ne? Ja. Einfach die erste Stufe langsam runterfallen, dann bist du sofort ins Loch rein. Also die Bahn hat der echt gut gemacht, muss ich sagen. Also die Bahn hier. Der bekommt auf jeden Fall eine Bewertung gleich. Ja, fünf Gummipunkte gibt's. Wenn du das schon so schön macht, dann... Nein! Ja, genau. Ja, genau. Ich hab mal eingeloggt, ne? Ja, ja. Ich auch fast. Ja, ich hab leider keine PS4. Irgendwann vielleicht mal. Aber wenn ich mir hier 10-Kochen kann, das ist der K15. Scheiße, zu feste. Ah, fast. Wow. Ich hab ein bisschen Schweigen gehabt jetzt. Bogen! Ja. Kannst du ja machen. Hm. Ich vertraue dem nicht. Hier ist überall Hole-in-One. Irgendwo musst du bestimmt wieder reinhauen können. Hm, auf der Entfernung glaube ich das nicht. Obwohl, das ist Hole-in-One möglich dann noch. Ja, irgendwo hat der hier Hole-in-One reingemacht. 100% Ja. Soll ich da hingehen? Aber was ist das? Kommt die nächste Karte raus? Stand da gerade am Ende. Welche Karte? Und der nächste Black-Galo oder so heißt sie. Stand da. Wohin muss ich denn? Ich weiß nicht mal wohin. Da, wo die Fahne drin ist. Ein Stückchen weiter. Da hinten? Ja. Mal kommen, hätte er auch reingehen können. Bei Fortnite gibt's Twitch-Unterstützung. Meine Fresse. Okay. In welcher Art? Wollte ich gerade sagen, in welcher Art. Ja, äh, Edge-1-One hat, Edge-1-One hat ja auch, äh, Unterstützung. Okay. Ich glaube, ich ist wieder zum Start. Ach, oder meint er jetzt, dass du direkt streamen kannst? Na, bin ich noch nix. Also, wie bei Minecraft oder so, dass du direkt dran anklicken kannst, dass du streamen kannst. Haben ja manche Spiele heutzutage. Wo ich ja noch nie benutzt hab, tatsächlich. Ja, bei, äh, HNZ-1 kannst du ja einstellen, ähm, ob du die Map-Koordinaten wegmachst oder nicht. Ah! Ich hab den Puphaufen! Boah! Geil! Und einen Cowboy-Hut hab ich bekommen. Ja, nee, ist klar.